Groß gegen klein. Wir vergleichen in diesem Video den Ari 901 mit dem Ari 1710, damit Sie hinterher wissen, welches nun genau das richtige Transportmittel für Ihr Unternehmen, für Ihre Dienstleistung oder für Ihren Lieferdienst ist. Also viel Spaß bei diesem Video. Ja, starten wir doch einfach mal bei dem Großen von den beiden, 1710. 1710 steht für 1700 Kilo Nutzlast, maximale, und 100 kmh Höchstgeschwindigkeit. Das Fahrzeug ist wirklich ein Gigant im Vergleich zu unseren sonstigen Ari-Fahrzeugen. Länge 5,99 Meter, Breite 2,06 Meter und die Höhe 2,59 Meter. Also ein wahrhafter Vertreter der sogenannten Sprinterklasse. Alle Mitbewerber sind ähnlich groß, breit und lang. Und auch der Innenraum, den Sie jetzt hier über die Flügeltüren am Heck meinetwegen zugänglich haben. Der Innenraum ist, also der Laderaum ist mit 3,56 Meter. Wirklich sehr, sehr lang. 1,81 Meter zwischen den Radkästen breit und 1,86 Meter höher. Dank des höheren Daches. Also ein wirklich großer, großer Laderaum. Da passt sogar ein kleiner Ari rein. Haben wir mal kurz ausprobiert. Da finden Sie ein Video dazu. Und hier optional gibt es diese kleinen Bügel. Die können Sie dann aushaken, damit die Türen dann auch an der Seite festgemacht werden können, mittels dieses Magneten hier. Da sehen Sie es. Da steht er. Und damit bleibt dann die Tür auch so lange in dieser Position, wie Sie es gerne hätten. Auf der Fahrerseite genau dasselbe. Ist schon sehr praktisch, wenn man eben mit einem Gabelstapler beladen möchte oder sowas. Dann ist das Ganze deutlich handlicher. Dann dieses Riffelblech, was Sie jetzt gerade sehen, an der Türinnenverkleidung, aber auch im Laderaum. Optional. Können Sie gerne genau so bekommen. Ist eine sehr praktische Sache. Sie können natürlich auch Holz oder Filz da drin haben. Sie können diese Zorösen drin haben. Sie können auch Zorleisten drin haben. Alles, was Sie bisher als praktischer ersehen haben oder genutzt haben, können wir hier genauso umsetzen. Da gibt es keinerlei Einschränkungen. Absolut nicht. Und Sie können natürlich auch entsprechenden Innenausbau bekommen. Also mit irgendwelchen praktischen Klappfächern, die man auch mal hin und her klappen kann, damit Sie eben dann nicht immer den gesamten Laderaum einnehmen. Und so weiter. Sprechen Sie uns da einfach an. Wir realisieren Ihnen das auch gerne mit Bot, Sortimo oder wie sie alle heißen. Hinten diese Trittstufe. Auch optional, damit Sie einfacher rein und raus hüpfen können in Ihr Fahrzeug. Und dass es eben nicht immer so hoch ist. Die Seitentür. Auch hier der Ausschnitt so groß, dass Sie mit dem Gabelstapler das ohne weiteres beladen können. Auch hier nochmal sehen Sie da so eine kleine Stufe, damit Sie also bequem rein und raus gehen können. Und auch hier der Griff für die Beifahrertür. Alles darauf ausgelegt, dass Sie viele, viele Stops haben. Viel Ein- und Aussteigen. Das muss alles solide sein. Das ist es hier. Dann kurzer Blick in den Innenraum. Drei erwachsene Personen können hier nebeneinander sitzen auf dieser vorderen Sitzreihe. Plus ein großes, ordentliches Handschuhfach. Dann eben die Lüftungsdüsen, das Zusatzdisplay, die Bedieneinheiten für die Lüftung. Der Fahrersitz hat nochmal eine extra Armlehne. Und oben gibt es dann nochmal die Ablagen für den ganzen Zettelkram, den man so hat. Trotz Digitalisierung hat man ja immer nochmal irgendein Zeug, was man mit hat. Plus nochmal so einen ordentlichen, soliden, festen Griff, damit Sie sich ins Fahrzeug reinschwingen können. Und auch wenn Sie mal die Tür zuhauen, da geht auch nichts kaputt. Und Sie merken schon, ein sehr satter Ton. Das ist wirklich sehr, sehr gute Qualität. Reifengröße haben wir hier. 215er Reifen. 75R, 16C. Also jeder normale Ganzjahresreifen, Sommerreifen, Winterreifen passt darauf. Zum Laden hier fahrerseitig. Oben erstmal normal mit Typ 2. Können Sie auch in der Haushaltssteckdose über Nacht laden. Dauert aber schon ganz schön lange. Und unten dann eben nochmal CCS mit Schnellladen. Das ist dann deutlich flotter. Da haben wir auch ein extra Video dazu, wie das mit dem Schnellladen funktioniert. Hier ist mal ein Blick auf den Akku. Das ist jetzt der kleine Akku. Der hat jetzt erstmal 77 Kilowattstunden. Es gibt noch den großen mit 100 Kilowattstunden. Und hier der Heckmotor. Also 115 kW hat dieser Motor direkt am Getriebe oder an der Hinterachse sozusagen angebaut. Dann nochmal ein Blick auf den Außenspiegel hier mit integrierten Blinker plus 2 geteilt, damit Sie auch wirklich ja nichts übersehen. Und dann nochmal ein Blick in den Innenraum. Fahrerseitig hier nochmal ein Fach für Dinge, die jetzt nicht so offen rumliegen sollen. Fahrersitz entsprechend verstellbar. Hier nochmal der Blick auf die Sitzbank daneben. Und dann geht es hier los mit dem Gangwahlschalter. Also Drive, neutral und rückwärts. Dann nochmal eine Sporttaste ohne Funktion. Dann die Bedieneinheit für die Belüftung. Klimaanlage ist optional. Heizung ist immer mit verbaut. Dann noch weitere Bedienelemente fürs Fahrzeug und den Fahrzeugbetrieb. Zeigen wir nachher noch gleich nochmal ein bisschen was. Und hier nochmal das Display. A für die Rückfallkamera und oder für das Radio. Im Lenkrad auch nochmal eine Bedieneinheit. Also alles wie bei den großen, ob nun Lautstärke oder Telefon oder hier eben der Tempomat, der eben mit dabei ist. Dieser Tempomat ist natürlich praktisch, wenn Sie längere Strecken haben und dann auf der Autobahn einfach mal Strich 95 fahren wollen, dann einfach eingeschaltet. Dann links eben der Lenkstockhebel für die Lampe und hier rechts eben der Lenkstockhebel für den Scheibenwischer und die Scheibenwischanlage. Dann nochmal ein kurzer Blick in den Motorraum. Der Motorraum halt vorne, ja fälschlicherweise ist natürlich kein Motor drin, sondern Elektronik. Fangen wir an mit dem 12 Volt Akku. Dann unser Sicherungskasten und Magie. Jetzt ist er auf. Da haben wir Sicherungen und Relais. Zack, nun ist er wieder zu. Dann haben wir das Motorsteuergerät und das Ladegerät. Da sehen Sie schon die vielen Kabel, die da dran sind. Plus hier nochmal so ein großer Ventilator für die Kühleinheit, also für die Klimaanlage. Dann verschiedene Flüssigkeiten, ob das nun die Bremsflüssigkeit ist oder die Flüssigkeit für die Servolenkung oder eben nochmal so ein Ausgleichsbehälter für die Kühlung oder eben der Wischwasserbehälter. Das sind so die üblichen Sachen, die man vom Motorraum erwartet. Wie gesagt, Motor hinter einer Hinterachse, also Hinterradantrieb. So, Motorhaube wieder zu. Dann auch mal die Seitentür wieder zu. Auch hier wieder, ja, es muss alles irgendwie solide gehen. Es muss fest sein. Es darf jetzt nicht irgendwie so ein komisches Gefühl haben. Das haben Sie hier nicht. Ja, alles ist wirklich da am Orte, wo es sein soll. Und auch hier müssen Sie jetzt nicht groß rumfädeln, um wieder diese Metallhaken da rein zu machen. Selbstverständlich nicht einfach zu machen oder auch mal zu schmeißen, wenn es schnell gehen muss. Das schadet dem Fahrzeug nicht. Das ist solide genug, um das alles zu verstehen. Wie fährt sich nun das Fahrzeug? Also Zündschlüssel, einmal bitte umdrehen, wie üblich drei Positionen. Dann wird sozusagen das Fahrzeug aktiviert. Display meldet, ja, ich habe 99% Akku. 12 Volt Akku hat auch mehr als genug. Dann habe ich noch einen Drehzahlmesser und dann noch diverse Anzeigen. Jetzt eben neutral steht das Fahrzeug. Und ich habe jetzt hier den Wahlhebelschalter. Jetzt gehe ich sozusagen auf R wie rückwärts. Zack, dann sehe ich da auch in der Mitte das R. Ich sehe das Bild der Rückfahrkamera und kann schon loslegen. Sie hören dann jetzt auch das Piepsen des Rückfahrpiepsers, sozusagen wie weit Sie noch fahren können. Und dann geht es schon los. Dann prüfen wir mal, wie sich der Ari 1710 so fährt. Dank Servolenkung ist das natürlich erstmal vom Prinzip alles ganz, ganz easy. Sie müssen sich nichts Großartiges umgewöhnen oder so. Und wenn Sie jetzt dieses laute Piepsen halt einfach stören sollten oder Sie wollen Ihren Nachbarn nicht aufwecken, drücken Sie einfach den Knopf und dann ist das Piepsen weg. Bis 20 kmh piepst das Fahrzeug, weil es eben vorgeschrieben ist, dass ein Elektrofahrzeug nicht so leise sein rumrollen darf, damit ein Fußgänger Sie vielleicht überhört. Sie hören es jetzt gerade. Man hört relativ wenig im niedrigen Geschwindigkeitsbereich. Und jetzt, wenn man Gas gibt, dann geht es aber auch wirklich sehr, sehr flott voran. Wie gesagt, 115 Kilowatt. Der Motor ist sehr stark und so schnell waren wir hier noch nie auf unserer kleinen Miniteststrecke. Also das ist schon ein sehr, sehr schnelles, kräftiges Fahrzeug, dem Sie zügig sich im Verkehr bewegen können. Selbstverständlich nicht nur auf der Landstraße, sondern auch auf der Autobahn. Klar, einen Abstrich hat man. So ein großes Fahrzeug, so ein riesen Gigant hier, der muss natürlich erstmal ein bisschen rangieren, bis er dann an der Wendestelle wieder rückwärts kommt. Und also da sucht man sich dann besser die Stellen aus, wo man einfacher wenden kann, als jetzt hier in so einer kleinen, engen Straße. Nichtsdestotrotz, wer eben viel Pakete oder Ware hin und her bewegen will, der kennt das ja eh von seinen bisherigen Sprinter. Ich meine, wir haben 11 Meter und 6,60 Wendekreis, aber dennoch, das ist dann schon ein bisschen was. So, also wieder zack, zurück. Wie gesagt, Autobahnen fahren, kein Problem. Dank integriertem Tempomat ist das natürlich dann auch eine wahre Freude. Da gibt es auch nochmal ein extra Video. Langstrecke mit dem Ari 1710, wie das dann auch geht mit dem Schnellladen und so weiter. Oder bis 100 Kilowatt können Sie ja hier nachladen von der Geschwindigkeit her. Das ist schon eine wahre Freude, da zuzusehen, wie flott das geht. Also, alles in allem, das Fahrzeug ist sehr, sehr solide, sehr groß, sehr, ja, einfach ein sehr, sehr gutes Fahrzeug. Und es macht einfach Spaß, mit dem wirklich zu fahren, erhöhte Sitzposition, da schaut man wirklich gut auf die Straße und es macht einfach Spaß. Und wenn man jetzt hier sozusagen dieses Einparken nochmal, da sieht man es nochmal, Rückfahrkamera geht an, ich fahre einfach rückwärts rein. Ja, klar, piepst es, ist auch kein Wunder, hier ist ja alles ruhig. Wenn man das mal im direkten Vergleich hat, ja, mit dem Motorengeräusch, dann ist das eher überschaubar, die Lärm belästigen durchs Piepsen. Wir lassen es gleich mal kurz knattern. Einen Moment bitte, dass mal hier eine Kollegin mit dem Moped vorbeifährt. Und los. Ja, wenn man sich das dann mal so vor Augen führt, ist es dann schon sehr beeindruckend, wie laut dann eigentlich so ein Verbrenner ist. Deshalb, wir bleiben mal schön beim Elektrofahrzeug. Jetzt also der Ari 901. Name kommt von 900 Kilo Nutzlast und 100 kmh Höchstgeschwindigkeit. In der Länge, sehen Sie schon, deutlich kleiner. 4,43 m in der Länge und 1,62 m breit. 1,94 m in der Höhe. Heißt, Sie kommen in jede Tiefgarage, in jedes Parkhaus. Und der Laderaum, in dem Falle dann natürlich 2,30 m nur lang und 1,44 m breit. Zwischen den Radkästen und 1,30 m hoch. Also, was mit drin stehen, wird schwierig. Zum Wohnmobil taugt er dann nur bedingt. Also, zum Schlafen wird es reichen, aber nicht zum drin kochen oder sowas. Aber wir wollen ja im Gewerbebereich bleiben. Also, Holzboden ist möglich. Zur Ösen sind möglich. Zur Leisten sind möglich. Sie können natürlich auch gerne Riffelblech haben. Oder irgendwie das Dach auskleiden. Wenn Sie alles mit Filz haben möchten, dann können Sie auch das alles gerne bei uns bekommen. Sie bestimmen, wie Sie gerne den Laderaum ausgestattet haben. Sie können auch komplett nackt haben, um möglichst viel reinzubekommen. Das teilen Sie uns einfach bitte mit und dann bauen wir Ihnen das entsprechend ein. Dann hier, seitliche Schiebetür von der Öffnung. Nicht ganz so breit, dass jetzt eine Europlatte in den Ganzen reinkommt. Da haben wir auch ein extra Video, was passt in den Laderaum vom 901. Aber sie reicht, um sozusagen Zugang zum Laderaum zu gewährleisten. Hinten könnten Sie mit dem Gabelstapler ran. Wenn Sie die Option wählen, dass die Heckklappe mit den Gasdruckdämpfern ganz nach oben geht, dann können Sie auch mit dem Gabelstapler da ohne weiteres heranfahren. Also Sie brauchen nicht unbedingt Flügeltüren da hinten. Hier an der Seite jetzt die Ladeanschlussdose Typ 2. Gut unterstützt. Wir empfehlen immer das Laden per Haushaltssteckdose. Sie können natürlich aber auch an eine Ladesäule ranfahren. Hier dann ein Blick auf den 40 Kilowattstunden Akku. Hört sich jetzt nicht viel an. Das Fahrzeug verbraucht aber auch nicht so viel. Hier, da gibt es auch ein Video zu, was kostet dieses Fahrzeug auf 35 Kilometer zum Beispiel. Kleiner Blick noch zum Heckmotor. Also hier 60 Kilowattmotor. Hört sich auch nicht so viel an. Ist aber völlig ausreichend, um das Fahrzeug eben zügig zu bewegen. Und es verbraucht dann auch nicht so viel das Fahrzeug. Nun ein Blick in den Innenraum. Erstmal von der Beifahrerseite. Also Sie haben zwei ordentliche Sitze für zwei erwachsene Personen. Das reicht völlig aus. Die müssen dann aber auch nicht kuscheln oder sowas. Man kann ganz normal nebeneinander sitzen. Und hier das Handschuhfach. Dann noch ein weiteres Fach für 12-Volt-Anschluss und USB-Bedieneinheit für die Belüftung. Heizung ist immer dabei. Klimaanlage optional. In der Mitte der Gangwahlschalter. Zündschloss. Und dann Blick noch aufs Tacho und den Drehzahlmesser. Und dann haben wir eben einmal einen Fahrer-Airbag und einen Beifahrer-Airbag. Und dann nach oben zum Dach einfach die Sonnenblenden. Da ist dann kein Ablagefach mehr, weil das Fahrzeug von der Höhe halt das nicht hergibt. So, wie solide ist denn das Fahrzeug? Wir finden sehr solide. Auch wenn Sie hier 200 Mal die Tür auf und zu machen, ist alles noch in Ordnung. Alles ist an seinem Platze. Wir fahren das Fahrzeug ja nun schon ein paar Kilometer und auch unsere Kunden berichten nichts Negatives. Das Fahrzeug an sich dann hier innen natürlich sehr viel Kunststoff. Ganz klar. Es ist ja auch ein Werkzeug eher. Also es ist jetzt nicht so, dass Sie das jetzt hier mit Ihrer Luxuslimousine vergleichen sollten, sondern das ist eben eher ein Fahrzeug, was Sie praktischerweise von A nach B bringt. Hier Längsstockhebel einmal für Scheibenwischer und dann noch für die Beleuchtung. Hier nochmal Nebelschlussleuchte und die Leuchthöhenverstellung. Nochmal Blick auf die beiden Sitze. Also alles sehr funktional. Das kann auch mal dreckig werden. Und da ist nichts Schlimmes dabei. Dann wird es einfach abgewischt und fertig. Jetzt einen Blick unter die eben nicht Motorhaube, sondern eben, das heißt dann im Elektroauto wohl, Fronthaube. Hier also nochmal ein Schnellladeanschluss. Ja, Sie können direkt in die Batterie sozusagen auch schnell laden. Flüssigkeit für die Bremse. Dann der Sicherungskasten. Dann nochmal Kühlbehälter für die Klimaanlage. Das Waschmittel für die Scheinwaschanlage. Da unten hier nochmal diverse Leitungen von der Klimaanlage und auch von der Bremse. Also alles an Technik, was es da vorne so gibt, ist sehr überschaubar. Das Fahrzeug soll ja auch nicht wahnsinnig kompliziert sein. Das Leben ist eh schon kompliziert genug. Sondern es soll fahren. Und simpel soll es auch noch sein, damit es nicht viel kostet. Und damit es dann auch im Zweifel auch einfach zu reparieren ist. Türen, wir machen mal alles zu. Wir wollen gleich losfahren. Knall, Peng. Ja, also das ist alles natürlich darauf ausgelegt, dass Sie das auch mal ein bisschen schwungvoller zu machen können. Da fällt nicht gleich alles auseinander. So, zum Starten. Zündschloss einfach ganz normal umdrehen. Dann können Sie hier auch schon am Gangwahlschalter auf R wie rückwärts wählen. Dann zeigt er das in der Mitte. Da ist ein Mini-Display nochmal an. Rückfallkamera geht an und schon geht die lustige Fahrt los. Auch hier hören Sie natürlich erstmal nur so ein bisschen Gepiepse. Bis 20 kmh, dann ist das auch weg. Und die Beschleunigung ist jetzt nicht ganz so immens wie beim 1710. Aber vom Prinzip her ist es tatsächlich völlig ausreichend für die Stadt, für über Land. Und ich meine, Sie fahren hier knapp 100 kmh. Damit können Sie theoretisch auch auf der Autobahn fahren. Auch das ist überhaupt kein Problem. Und auch praktisch machen wir das jeden Tag mit diesem Fahrzeug. Und Sie sind kein Verkehrshändnis und Sie sind auch nicht großartig ein Ärgernis für die anderen Verkehrsteilnehmer. Eher im Gegenteil, weil Sie haben ein kleines Fahrzeug. Sie transportieren Ihren ganzen Krempel und haben eben schnell Zugriff auf jeden Parkplatz. Sie können, wir sehen es hier gleich, in einem Zuge können wir hier einmal mal wenden. Ja, 8,60 Meter ist der Wendekreis. Das ist alles PKW-vergleichbar und haben trotzdem aber viel Platz zum Transport von Ihren ganzen Gewerbeutensilien. Ja, Außenspiegel beifahrerseitig, Außenspiegel fahrerseitig zeigt Ihnen alles an. Sie übersehen nichts. Und das Fahrzeug ist auch von der Lärmentwicklung, ja, wenn Sie jetzt damit fahren, ist das alles vertretbar. Hier nochmal der Blick aufs Radio, die Bedienerheit für die Klimaanlage. Das ist also alles an Ort und Stelle sehr einfach und ergonomisch erreichbar. Und ja, Sie sind mit dem Fahrzeug also wirklich gut unterwegs. Und wenn Sie also nicht so viel Platz brauchen und nicht so viel Zeug zu bewegen haben, dann ist der 901 dahingehend die bessere Wahl, weil er A, er ist günstiger, B, ist er kleiner von den Abmaßen und C, kostet er halt auch dann im Unterhalt einfach weniger. Wenn Sie aber dann doch mehr Platz benötigen, mehr Materialien und Utensilien zu bewegen haben, dann sollten Sie doch den 1710 wählen, weil der dann einfach das deutlich größere und solidere Fahrzeug ist in Bezug auf Ihr Geschäft oder was auch immer Sie da im Sinn haben. Also, Fazit, groß gegen klein, ja, jedes Fahrzeug hat so seine speziellen Eigenheiten und Sie entscheiden am besten, welche Variante für Sie nun besser ist, was auch Ihr Budget hergibt. Und um das nochmal rauszufinden, kommen Sie einfach auf unsere Webseite, konfigurieren Sie sich mal den einen oder den anderen und damit stellen Sie dann halt eine unverbindliche Anfrage. Und wir freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen und wer weiß, vielleicht wird das ja doch der eine dann Ihr zukünftiges Fahrzeug. Wenn Ihnen dieses Video jetzt gut gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben oder drücken Sie gleich auf den Abonnieren-Button, damit Sie keine neuen Videos mehr von Ari Motors verpassen. Oder schauen Sie hier einfach nochmal nach den weiteren Videos, die wir Ihnen vorschlagen, denn ich kann Ihnen wirklich sagen, es lohnt sich. Also, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!